Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 8. März. Ja, bei euch weniger morgen, wahrscheinlich eher Nachmittag. Sorry dafür, die Zeitdifferenz und die Arbeit haben es heute nicht anders ermöglicht, aber dafür gibt es vielleicht auch am Wochenende diesmal ein Geek Talk Daily. Schauen wir mal, ich will nicht zu viel versprechen. Heute beginnt die South by Southwest, aber nichtsdestotrotz, ich habe auch ein paar Themen dabei, und zwar Tim Cook, Airbnb, Uber und Instagram. Beginnen tun wir mit Tim Cook, den hatten wir ja gestern schon, wo Donald Trump ihn als Tim Apple bezeichnet hat. Und Tim Cook zeigt, dass er Humor hat und hat sein Twitter-Profil in Tim Apple umbenannt, oder korrekterweise in Tim und das Zeichen von Apple. Das wird auch nur auf Max, glaube ich, so korrekt angezeigt. Hätte er mal den Apfel-Emoji genommen, wäre vielleicht sogar noch eine Runde noch cooler gewesen. So ist es ein bisschen auch Marketing, aber ja, auf jeden Fall mit Humor und hätte ich ihm jetzt auch nicht zugetraut. Das kam sehr überraschend. Nächstes Thema, Airbnb. Die haben jetzt die Hotelbuchungsplattform Hotel Tonight gekauft. Hotel Tonight, da kann man Hotels buchen, wie der Name schon vermuten lässt, und zwar Last Minute. Man kriegt dann augenscheinlich bessere Deals, bessere Hotels, was nach meinem eigenen Test irgendwie nicht so hundertprozentig stimmt. Da kann man auch ähnliche Angebote woanders bekommen, aber ganz egal. Die Plattform ist anscheinend ganz erfolgreich, erfolgreich genug, dass Airbnb sie kauft und dann entsprechend auch wahrscheinlich später in Airbnb integrieren wird. Denn die möchten halt einfach wirklich alles in Sachen Reise anbieten und nicht nur einfach nur Wohnungen vermitteln. Nächstes Thema, Airbnb und jetzt Uber. Also ich meine, das liegt ja nahe. Uber und Airbnb sind ja so diese klassischen Sharing-Economie-Firmen. Und Uber hat jetzt 2,6 Millionen US-Dollar in den Niederlanden an Strafe bezahlt endlich. Die Strafe ist schon länger her. Die bezieht sich noch auf Verstöße gegen das lokale Taxi-Gesetz und bezieht sich noch auf das Uber von früher, wo Uber dann einfach jeden hat fahren lassen und Leute von A nach B zu transportieren. Und das hieß damals Uber Pop und hat von Juli 2014 bis November 2015 in den Niederlanden stattgefunden. Und ja, damals sind entsprechend die Strafen aufgelaufen. Und Uber hatte ja auch früher das Geschäftsmodell. Wir machen erstmal, bezahlen Strafen und gucken mal, wie weit wir kommen. Ja, hat sich ja alles ein bisschen geändert. Aber die Strafen, die sind nicht weggegangen. Und dementsprechend hat Uber sie jetzt endlich ausgeglichen. Da waren, glaube ich, auch noch ein paar Zinsen dabei, denke ich dann mal. Und das letzte Thema für heute, Instagram. Die testen gerade die Möglichkeit, gemeinsam Videos anzugucken. Also ähnlich wie auch bei Facebook die Watchparty, wo man gemeinsam ein Video anguckt. Jeder sitzt an seinem Rechner. Das Video wird zeitgleich abgespielt. Man kann sich austauschen digital. So ein Feature testet jetzt Instagram auch. Man weiß zwar noch nicht genau, wo das rein soll. Das könnte natürlich auch in IGTV integriert werden. Und der Plattform vielleicht nochmal einen kleinen Stubs geben. Und Ähnliches hatten wir auch schon im Facebook Messenger Code entdeckt. Letzten November. Dort gibt es nämlich auch ein Watchvideos Together Feature. Also wie üblich bei Facebook, wenn ein Feature Sinn macht oder gut läuft, dann wird überall integriert. Und anscheinend als nächstes bei Instagram. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Ich, für mich ist es ja der Morgen, mache mich jetzt auf dem Weg zur Konferenz. Ich wünsche euch noch einen guten Freitag, einen guten Start schon mal ins Wochenende. Und vielleicht hören wir uns nochmal wieder. Ansonsten ab Montag auf jeden Fall hört ihr den Martin hier. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.